Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zum E-Ton. Und in der letzten Folge haben wir das Feld hier bepflanzt und so ein bisschen was ausgebaut. Das Feld besamt. Ja, quasi. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus. Können wir so lassen? Lassen wir so. Lassen wir. Überdachung, Überdachung müssen wir nochmal gucken, wann wir das machen. Was? Ich bin nicht mit hier in den E-Ton. Nein, nicht. Nein. Du Neter-Faulist. Faulist. Ja. YOLO. You're a Neter-Faulist. Ich hoffe, die kleinen Schweinchen sind nicht aggro. Nein, ich glaube nicht. Zumindest nicht grundlos. Nö, sind sie nicht mehr. Alter, ein Baby-Schweinchen. Ein Baby-Schweinchen. Alter, ernsthaft. Ernsthaft, selbst du siehst ein Baby-Schweinchen, ein goldene Schwerte nach an. Was? Was geht ab? Wir labern letzte Folgen, wo er sich ja von Gewalt beratert hat und hier haben die kleinen Baby-Schweine schon mit Goldschweinchen in der Hand. Früh übt sich, ja. Früh übt sich. Ja, ja. Wollte gerade sagen. So, ich glaube, ich komme nach Hause mit ganz, ganz, ganz viel Neter Quatsch. Ganz viel Neter Quatsch. Ich plündere jetzt unsere gesamte Bude zu Hause in der normalen Welt. Hier steht doch noch der Glas-Dieter. Hier steht doch noch der Glas-Dieter. Piep, piep, piep. Akku ist fast leer. 15% oder weniger. Piep, 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 piep. Ähm, wieso, wieso plünderst du jetzt unten die Kiste? Ähm, weil wir einfach oben alles gebrauchen können. Geh doch mal hier auf die Suche nach einem Villager-Dorf und schreib dir vorher besser die Kornhaken von unserem Haus aus. Ja, muss ich gucken dann. Ähm, guck ich gleich. Ich muss auch noch die Samen mitnehmen. Die Samen? Die Samen. Das kann man jetzt leicht zweideutig verstehen. Ja. Ist aber absichtigt. War absichtigt? Ja gut, dann ist ja auch noch. Dann ist ja hier noch. Wir haben noch Seeds, bauen wir noch Sattel, wollen wir ein Schwein oben reiten? Wir haben keine Schweine. Sicher? Doch, haben wir wohl. Haben wir wohl, wir haben diese fliegenden Schweine. Wollen wir oben normale Bäume pflanzen? Alter, wir machen den Ether zur normalen Welt, was geht? Was geht? Ja, pass auf, irgendwann haben wir oben alle Sachen und unten fliegen wir in die Wolken rum. Ja, die haben wir dann verbannt. Genau. Verbandeln, wölf hier. Ich nehme mal die Emeralds mit, glaube ich, wenn ich dann wirklich mal losgehen sollte. Was willst du mit Emeralds? Ja, im Villager-Dorf, was ist da los? Stimmt. Wobei, nicht alle immer mit Emeralds handeln, das ist dir bewusst. Ja, aber die manche. Aber die manche. Die manche. Ja, ich glaube, das machen wir aber in der nächsten Folge mit dem Villager-Dorf. Ähm, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Oder machen wir das off-screen, je nachdem. Ja, da gucken wir mal. Guck, ich glaube, wir machen das eher off-screen, aber dann gucken wir hin. Ja, das kann gut sein. Oder wir machen einfach eine kurze Zwischenfolge, spulen das Ganze dann vor und hängen das hinten dran. Das können wir natürlich auch machen. Ja, dann machen wir das doch so. Warum steht hier ein Zaun und eine Fackel im Eter? Zauni! Äh, im Neta. Zauni! Kann ich Zauni mal mitbringen? Zauni! Bring Zauni mal mit, ich glaube, der mag das wie so ihren... Ja, jetzt mal nicht. Allein im Eter, im Neta, das mag der nicht. Aber der heißt nicht Zauni, der heißt Fancy. Zauni! Der ist Fancy. Was ist denn da los? Bei mir landen die Chunks. Der ist wohl gerade abgestürzt. Läuft nicht so bei dir, Alter. Warum landen die Chunks nicht? Lol. Was geht? Ich glaube, ich habe gerade... Der Server? Ja, der Server hat gelaggt. Ja, aber halt. Aber jetzt geht's wieder. Ich habe gerade 10 Sekunden im Eter-Vortal. Die ganze Zeit hat das gedreht, gedreht, gedreht und ich wurde teleportiert. Ja, irgendwie... Bei mir war kein Mengenwürdig. Aber jetzt geht's wieder. Irgendwie. Jetzt schon. Ähm, Ofen. Warum habe ich jetzt keine Pflanze? Der will wieder passen. Wenn ich jetzt das Zeug da in den... Das Neta-Quartz in den Ofen packe. Dann kriege ich immer einen Neta-Block raus, oder? Ähm, eigentlich schon. Die muss es craften. So, dann muss ich das denn craften. Ah, so. Also, das habe ich jetzt eigentlich... Ich habe zwölf von den Quarz-Blöcken. Das sind auch vollkostenintensiv. Crazy, Alter, crazy. Dafür kriegst du aber auch eine Menge XP. Äh, nein. Wenn du die Quarz-Blau'n doch... Ja, wenn ich Quarz abbau, aber ich baue ja viel Quarz und nicht viel XP. Also, ähm... Das ist... Schon ein Problem. Ähm, ja. So. Äh, hier, 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 hier. Henry, tut du so eine Falle? Das, was denn? Ja, nein. Kommst du mal hier runter und baust dir mal ein bisschen so die Insel ab? Weil ich in die Insel... Freeview haben. Wat? Freeview. Wo? Hier oben. Ich seh dich nicht. In unserer Hütte. Drin. Was? In der Hütte drin. Komm einfach mal rein. Ja. Ah, da. Hier, hier unten. Hier, das. Mal ein bisschen abbauen. Brauchst du selbst da? Man. Nö. Immer diese faulen Schweine hier. Ja. Äh, ich glaube, das ist irgendwas Wichtiges. Mobile Security. Ihr PC ist nicht das einzige Gerät, das geschützt werden muss. Gratis Download. Gratis Download. Gratis, gratis, gratis. So, aber ich hätte es gerne 10 Euro für Ihre Erwähnung des Programms. Jep. Ihr müsst das hier nicht bleiben, oder? Nö, wir haben doch jetzt alles abgeholt. Ach ja. Hier kommt Holy Stone. Hier kommt Holy Stone. Im Prinzip, ähm, haben wir jetzt alles wieder rückgängig gemacht. Ja. Genau. Warte mal, die Erde muss hier aber auch rück. Wir haben knapp 20 Folgen damit... Ne. 10. 10. 10. 10 Folgen damit verbracht, äh, eine Aktion, die wir eigentlich schon fertig haben, wieder rückgängig zu machen. Ja. Das gibt Sinn. Das können wir gut. Was hat den gemacht? Wir hatten es schon... Was hast du gemacht, ist die Frage. Ach so. Und das Ganze haben wir jetzt wieder abgebaut. Lass mal hier die ganze Erde wegmachen. Drunter. Die nervt irgendwie. Ja, mach das. Wobei, dann schwebt das Ding. Da müssen wir ein paar Stelzen drunter bauen, damit die Stelzen... Stelzen. Heiliger Einfall. Na, wir kennen es noch. Da ist ein Heiliger Einfall, hä? Ja. Vielleicht kommt das ja jetzt schon wieder. Das ist Chaos Time Let's Play. Das ist aus seiner Kindheit. Wenn du keine allzu verkorkste Kindheit hattest. Oh, du kennst meine Kindheit schlecht. Hahaha. Ne. Ne. Woher kommt das? Nein, das sag ich dir nicht. Doch, sag mal. Nein, das sag ich dir nicht. Jetzt sag. Was geht denn hier? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Ich bau jetzt erstmal die Allab. Hey, sag mal. Kommt mir grad nicht bekannt vor. Nein. Doch. Nein, Spongebob. Was? 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 Nein. Wie hieß das noch, Claire? Was hattest du gesagt? Was? Was? Ich hab schnell vergessen, was du gesagt hast. Es kommt vor. Passiert mir auch so. Passiert mir das öfterin. Also. Was hattest du noch gleich gesagt? Spongebob. Nein. Das ist die Tat. Spongebob. Ach, Spongebob. Ja, Spongebob. Das kenn ich nicht. Nö, kennst du nicht, ne? Hab ich schon nie gehört. Schnell, jetzt ein heiliger Einfall. So. Das ist die Tat. Ja, lass uns von Spongebob kommen, weil Spongebob kenn ich und das hat er nie gesagt. Doch, das hat er gesagt. Nein. Das hat Plankton gesagt, Alter. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Als Spongebob ihm ein Geburtstagsgeschenk. Weißt du, jetzt reden wir über Spongebob, what the fuck? Was ist da los? Ja, willkommen von GTA 5 auf Spongebob. Das Niveau sinkt. Läuft. Läuft bei uns. Ja. Le Niveau sinkt. Le Niveau? Ja. Achso, hier hast du gesagt, muss Dings hin, ne? Wo muss was hin? Alter, wir haben das ganze Haus aufgerissen, ne? Ohne Schatz. Das kann noch weg, das kann noch weg. Dann machen wir halt hier unten noch was größer. Vorsicht. Bauen wir halt an. So. Jetzt ist die Erde zum Beispiel schon mal weg hier. Das ist gut. Ja, dann machen wir jetzt hier so eine Rundfahrt, oder wie? Hits um Bruma-Tour. Genau. Alter, ich sag mal, du hättest die unten rein. Ja, warte mal. Hier ist ja, wir brauchen ja wieder Quarz. Hast du Quarz mit? Ja, ich hab noch Quarz. Ganze acht Blöcke. Dann musst du nämlich hier, wie weit wollen wir gehen? Weiß ich nicht. Warte mal, wir gehen noch einen weiter, wir gehen noch einen weiter. Zwei. Nein, nein, nein. Dann kommen wir in das Glas da drüben, das ist doof. Ja, mein ich ja. Das ist vor dem Glas stoppen. Ja, aber die Umrandung ist das, äh, Dings-Stone. Achso, ja. Genau, genau so. So. Eins. Haben wir das. Zwei. Drei. Vier. Glasscheiben. Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch. Hab ich noch. Hab ich noch. So, die Treppe ist aber echt beschissen hier, ne? Wieso? Oder machen wir hier so einen Rundgang? Ja, dann mach halt einfach so, ähm. Wir können natürlich auch einen Rundgang machen hier. Wenn wir hier die Rücken wegmachen. Ja, dann macht das weg. Wir mussten eigentlich fertig sein. Aber dann müssen wir. Und die Kiste muss aber auch weg. Unter das Ding hier noch ein bisschen was drunter bauen, so. Ja, ja, ich mach das dann. Ähm, genau. So, und ich bastel hier noch. Benzerscheiben hin. Okay. Ähm, der Glouster hier muss noch weg. Hier müsste eigentlich auch noch. Da müsste auch noch ein Marmor hin, hier. Ah, shit, nein, der Gloustone von da oben konzentriert oder da bleiben kann. Äh, ich muss noch ein bisschen das Inventar aussortieren hier. Ist ja schlimm. Woraus machen wir? Die Ecken? Welche Ecken? Ja, die Ecken hier. Gloustone. Wollen wir die Gloustone? Haben wir eine Gloustone? Ja, haben wir. Hier, hier ist noch 24. Gut. Immer her damit. Aber bis oben hin, ne? Wir müssen ja theoretisch oben auch die Ecken angleichen. Wieso angleichen? Was oben bleibt, wie es ist? Ich weiß ja nicht, wie es oben gerade aussieht. Äh, drei, vier. Nein, ich hab jetzt keinen Bock, die Tür nochmal zu bauen. Nein. Und den ganzen Garten oder so. Äh, ich weiß nicht, wie oben gerade das Verhältnis aussieht. Auch nicht. Alter, haben wir nur Dings für zwei Gloustone-Blöcke? Alter. Wo ist der ganze Gloustone hin? Wo ist der ganze Gloustone hin? Wer hat den Gloustone? Wer hat den Gloustone geraucht? Ach, hier ist noch Gloustone. Ich dachte, ihr hättet den irgendwie. So. Ah, wir haben noch für elf Gloustone-Blöcke. Äh, ja. Eigentlich eben noch 24, aber okay. Ja, wo ist denn der Rest Gloustone hin? Keine Ahnung. Der hast du ja eben zu zwei gecraftet, oder? Nein, das waren nur vier. Also, das stimmt ungefähr mit der Kante so. Hier oben fehlt auch noch Glas. Das müssen wir auch noch machen. Basti, erst mal hier unten zu Ende. So. Ähm. Ja, Basti, erst mal hier unten. Ich kann mir ja hier noch Glas nehmen. So, ähm. Da kommt Quarz hin. Alter, sich erst mal das ganze Glas geklaut, Alter. Gloustone-Blöcke hin und fertig. Wir müssen uns hier oben auch noch was einfallen lassen. So, wo fehlt hier jetzt noch Glas? Wo sind? Äh, nirgendswo. Ich hab's jetzt schon gebaut. Und warum ist hier jetzt noch 10%? Warum ist hier jetzt noch Gloustone drin in der Decke? Kann man eigentlich wegmachen, theoretisch. Machen wir ihn doch weg. Praktisch. So. Praktisch. Warum ist hier... Ähm. Ja. Was machen wir hier mit der Wand? Machen wir die auch noch aus... aus Glas? Ähm. Theoretisch. Ja. Gut. Machen wir noch. Ähm. Muss ich mal hier unten gucken. Ist ja gut, dass wir hier überall Crafting Benches rumstehen haben. Oh, wir haben... Oh, guck mal, wie süß. Guck mal. Ja, ich hab ein Hühnchen. G-gespawned. Oh, wie süß. Ja, ne, das kommt... Das kam unten aus dem... aus dem... aus dem... aus dem... Oh, toll. Wie bockig. Wie bockig. Ja. Ja, ich weiß. Ich bin ein Tierfreund. Ein Tierfreund. Äh, wir haben nur ein Problem. Das sieht einfach nur beschissen aus, wenn wir die Tür so lassen. Guck mal. Wie lassen? Ja, komm doch einfach mal hierher zur Tür. Ein Moment. Dann weißt du, wie es aussieht. Dann weißt du, wie es aussieht. Ich folge... Äh... Du folgst den... 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 den Sound meiner Tür. Ja. Hier unten ist auch ein bisschen dunkel. Wir müssen noch verkehren. Ja, ich weiß. Das sieht höchst beschissen aus. Ja, mach ich doch. Wo sind die... Stützen hier an der Seite? Meinst die? Ja. Die hat ich weggemacht. Warum? Weißt du, dass wir einfach das Glas machen? Mann! Nein! Manni! Das sieht sehr beschissen aus. So. Okay, dann kommt aber hier Glas hin und da kommt... Nein! Das können wir auch noch zumachen. Nein! Sonst kommt hier kein Glowstone mehr hin. Ja, okay. Siehst du? So. So. Und so. Und so. Dann wärst du das so. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Du fliegst einfach mal die Treppe runter. Die Treppe ist gefährlich. Ist nichts für Rentner. Müssen wir mal ein Fahrstuhl bauen. So ein... so ein... so ein... Treppenlift. Mh, klar. Also das Panorama... Bau du mal Treppenlift. Dann will ich sehen. Das Haus. Die Panoramasicht hier, ne? Die Panoramasicht hier, ne? Wenn du schon nicht mit einer Tür zurechtkommst, dann will ich sehen wie du mit einer Treppenlift zurechtkommst. Ich will grad die Panoramasicht hier genießen, Alter. Ist schon geil. Ja, 3D-Umsicht, ne? 3D-Umsicht, ne? Müsst du MC Fitti mal einen Song drüber schreiben. 3D-Umsicht. Ja. Ja. Schreib ihn doch mal. Mach ich. Ja? Mach ich. Genauso wie den Wikipedia-Eintrag über... Ja, der wurde gelöscht. Der wurde gelöscht, genau. Hast du den eigentlich geschrieben? Ja, ich hatte den geschrieben. Lol. Aber der wurde gelöscht. Ja, ich hab ihn noch nicht mal gelesen, das war ja das Schlimme. Ja, ich hab auch nicht mehr wirklich viel dazu geschrieben. Also da war... Das war leider nur... Ich glaub der war gerade mal maximal 10 Minuten oder so online. Schade. Oder weniger sogar. Schade, schade, schade. Weil die haben die direkt wieder runtergenommen. Muss ich das verstehen? Wir haben in einer der Folgen haben wir ähm... darüber gesprochen, über Minecraft... Wir haben getalkt. Genau, über Minecraft... Was haben wir gesagt? MC Archimedes. Nee, wir hatten irgendwas über... über Minecraft gesprochen. Äh... Minecraft... Hacks? Cracks? Keine Ahnung. Weisheiten. Weisheiten. Ja. Alter, eine alte Minecraft, weißt du, dass man mit Türen unter Wasser schneller Clay abbaut. Ach ja, genau. So, und dann kam er irgendwie auf MC Fitti. Nee, egal. MC Fitti? Was laber ich dafür scheiße? Du merkst, MC Fitti spielt immer eine zentrale Rolle in meinem Leben. Ähm... Auf Archimedes und dann haben wir aus Archimedes MC Archimedes gemacht. Und MC Archimedes hat was gesagt? Im... Das weißt du ja jetzt nicht mehr. Ich hab da irgendeine Scheiße gelabert. Du hast die Archimedes gesagt, dass Clay und Kies nach unten fällt und alles andere nicht. Ja, und das hab ich dann irgendwie so... Pseudomäßig erzählt. In Geschichte verpackt und... Ah, okay. ... und hat eine alte Geschichtsstunde im Eter. Quasi. Nee, nicht quasi. Geil. Ja. Geschichtsstunde im Eter. War Hammer. War Hammer. Voll lol, ey. Wie? Tja. Ich seh nicht gar nicht. Weil der Server raus ist. Ja, du kannst mich noch nicht sehen. Oh mein Gott, er ist unsichtbar. Ja, der Server läuft ja. So. Hier kommen jetzt Melonen und so weiter hin. Jaja. Mach noch ein paar Kürbisse, damit wir vielleicht irgendwann mal ein paar Laternen machen können oder so. Keine Ahnung. Wohin denn? Wo bist du? Ja, du siehst mich nicht. Ich bin ein Ninja. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vom Eater mit diesem Little Little Evil Chicken. Yes. Und bis dahin sage ich tschüss Nüsli und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.